Lust, deinen Rücken und deine Arme in 15 Minuten zu kräftigen? Dann geht's jetzt los! Hey, ich bin Lena und das ist Lenas Health Lab. Willkommen zu deinem Bar-Arme- und Rücken-Express-Workout. Spür die Musik und kräftige deinen Oberkörper dabei. Wir fangen im Stehen an und dann geht's im Bauchlager auf die Matte. Gerne kannst du Manschetten für deine Handgelenke nutzen. Die ich habe, verlinke ich dir hier unten in der Videobeschreibung. Dieses Training gehört zu einer Serie, die wir in Costa Rica auf unserer wunderschönen Airbnb-Terrasse gedreht haben. Das ist das vierte Workout einer Fünfer-Serie. Du kannst die Workouts also super miteinander kombinieren und findest die Links zu den anderen Videos in der Videobeschreibung. So, ich bin bereit. Du auch? Zieh deine Socken aus, leg deine Matte hin, auf geht's! Stell dich hüftbreit hin. Deine Fußspitzen zeigen nach vorne, deine Arme sind angewinkelt und schieb sie einzeln nach oben. Zieh hoch, geh tief. Immer im Wechsel links-rechts. Streck den Arm weit nach oben. Hoch und tief. Spannung vom Bauch halten. Dein Steißbein leicht Richtung Boden. Zieh dein Schulterblatt weit mit hoch. Streck dich. Hoch und tief. Die letzten vier. Drei mehr. Gleich beide Arme nach oben strecken. Ready? Strecke beide. Zieh hoch. Geh tief. Lang nach oben. Handflächen zeigen zueinander. Und hebe dein Brustbein Richtung Himmel. Hoch und tief. Denk an deine Aufrichtung. Vier mehr. Vier Stück. Drei. Gleich öffnen wir die Arme seitlich. Ready? Zieh zur Seite. Öffne und schließe. Die Ellenbogen sind ein bisschen tiefer als Schulterhöhe. Brustbein heben. Handflächen zeigen immer wieder zu mir. Die letzten vier. Drei mehr. Zwei. Ein letztes Mal. Jetzt kombinieren wir Arme nach oben. Und zieh zur Seite. Streck die Arme lang nach oben. Und dann öffne seitlich. Denk daran, dein Oberkörper bleibt stabil. Bauchnabel rein. Mach die Bewegung groß. Zieh hoch. Und öffne. Drei mehr. Die letzten zwei. Einer mehr. Und dann schieben wir die Arme lang nach hinten. Achtung tief. Und push nach hinten. Handflächen in Richtung Himmel. Hochziehen. Zurück. Lass deinen Oberkörper stabil. Zieh hoch. Geh tief. Spannung vom Bauch halten. Spannung vom Bauch halten. Arme nach hinten wegziehen. Ausatmen hoch. Die letzten vier. Drei mehr. Zwei. Jetzt gehen wir tief dabei mit dem Po. Beug die Beine und schieb die Arme nach hinten weg. Bleib hier unten. Dein Blick auf den Boden. Die Beine gebeugt. Der Rücken lang. Hoch und tief. Mach noch vier Stück. Dann richte dich wieder auf. Vier. Drei. Komm nach oben. Kleine Pushes nach hinten weg. Lass die Arme da oben. Kleine Pushes. Go. Achtung. Der Po geht wieder tief. Kleine Bewegung hoch und tief. Vier. Drei. Zwei. Richte dich nochmal auf. Kleine Pushes. Und wir gehen wieder tief. Geh nach unten. Drück die Brust raus. Halte unten. Nur halten. Spannung vom Bauch. Halt die Arme oben. Und lösen. Sehr gut. Nimm die Arme vor. Und deine Hände kommen an die Schultern. Bizeps Curl. Während die Ellenbogen auf Schulterhöhe sind. Zieh ran. Und rück. Immer wieder lang strecken. Jetzt kombinieren wir. Zieh einmal ran. Und jetzt ruder einmal. Ellenbogen tief. Ranziehen. Und dann nach unten. Zieh ran. Und dann die Ellenbogen an der Taille vorbei. Sehr, sehr gut. Weiter. Ran. Und rück. Tief. Und hoch. Handflächen zeigen nach oben. Gleich geschafft. Vier mehr. Für drei. Für zwei. Einmal noch ranziehen. Lass die Ellenbogen tief an der Taille und zieh die Unterarme nach außen weg. Wait. Spür. Spür, wie deine Rotatorenmanschette arbeitet. Spür, wie du für den oberen Rücken arbeitest. Ellenbogen nah an der Taille lassen. Brustbein heben. Vier mehr. Wir machen noch drei Stück. Und dann kleine Bewegungen hinten. Und dann kleine Bewegungen hinten. Achtung. Halte hinten. Und ganz kleine. Deine Daumen schiebst du nach hinten weg. Klein. Für vier. Für drei. Dann schiebst du die Arme lang nach vorne. Bereit? Streck die Arme nach vorne und öffne. Bring die Schulterblätter leicht zusammen. Deine Arme sind tiefer als Schulterhöhe, aber sie sind lang. Achtung. Halte die Arme jetzt hinten und dann drehe die Arme aus der Schulter. Nur drehen. Brustbein heben. Lass die Arme hinten. Die letzten vier. Dreimal. Und dann schiebst du die Arme wieder lang nach vorne. Ready? Zieh vor. Zieh nach vorne und öffne. Gut. Lange Arme nach hinten weg. Für vier. Drei. Zwei. Wir halten wieder hinten und drehe. Drehen und drehen. Schnelle Bewegung. Handflächen zeigen tief und hoch. Für vier. Drei. Zwei. Nimm die Arme tief und zieh sie einzeln nach oben. Rechts hoch und tief. Immer wieder zurück an den Oberschenkel. Lang nach oben strecken. An deinem Ohr vorbei. Zwei Stück. Und dann beugst du die Beine dabei. Komm tief. Den Arm hoch und tief. Gut. Streck den Arm. Die Beine bleiben gebeugt. Vier mehr. Drei. Zwei lang strecken. Wenn du kannst und möchtest. Beide Arme. Zieh hoch. Richte dich auf. Beide Arme lang nach oben. Beide Arme. Und beide Beine sind gestreckt. Beide Arme sind gestreckt. Beide Arme hochziehen. Die letzten vier. Die letzten vier. Sieh hoch. Drei mehr. Zwei. Und dann lass deine Hände an den Oberschenkeln. Katze Kuh. Mach dich rund. Und den Bauchnabel tief ziehen. Rund machen. Und dann wieder strecken. Und dann wieder strecken. Bleib hier unten. Lass die Beine gebeugt. Mach dich rund. Und streck dich. Vier mehr. Zurück. Dreimal mehr. Und dann bleiben wir unten. Zwei mehr. Für vier. Drei. Zwei. Halte unten. Und schieb die Arme zur Seite auf. Öffne. Schließe. Lang gestreckte Arme. Dein Blick geht in Richtung Boden. Zieh hoch. Und tief. Acht mehr. Sieben. Kontrolliert. Vier Stück. Vier. Drei. Zwei. Richte dich wieder auf. Und nur kleine Pushes nach oben. Sehr gut. Push. Und push. Nach hinten weg. Gleich gehen wir nochmal tief. Vier. Drei. Zwei. Beug die Beine. Schieb die Arme zur Seite auf. Immer wieder hochziehen. Zurück. Ausatmen. Hoch. Und tief. Lass die Daumen nach oben zeigen. Streck die Arme zur Seite weg. Vier mehr. Drei Stück. Zwei. Zwei. Richte dich ein letztes Mal auf. Pushes zurück. Langsam. Schieb nach oben. Geh tief. Ausatmen hoch. Die letzten acht. Sieben. Spannung halten. Lang gestreckte Arme. Vier mehr. Drei. Dann kommen nochmal kleine. Achtung. Kleine Rücken. Klein. Klein. Und dreh dich schon mal auf deiner Matte. So, dass du dich gleich auf die Matte legen kannst. Geh tief. Beug die Beine. Katze. Kuh. Mach dich rund. Richte dich komplett auf. Und geh wieder tief. Mach dich rund. Und geh tief. Rund machen. Rücken. Strecken. Beine beugen. Immer wieder im Wechsel. Mach die Bewegung groß und schnell. Geh tief. Halte. Und setze beide Hände auf den Boden. Setz die Füße zurück. Komm in Bauchlage. Winkel die Arme seitlich an, als ob du ein W zeigen möchtest. Handflächen zeigen zueinander. Und du schiebst die Arme gleich nach oben. Zieh den Bauchnabel weg vom Boden. Zieh hoch. Geh tief. Ausatmen. Die Arme seitlich anwinkeln. Zieh hoch und tief. Hoch und tief. Bauchnabel rein. Schambein leicht tief. Konzentrier dich auf deinen oberen Rücken. Dein Blick nach unten auf den Boden. Mach noch ein paar und dann halten wir oben. Die letzten vier, drei, zwei, halte oben. Halte, halte, halte. Schulter wird da leicht zusammen. Und streck die Arme jetzt lang nach vorne. Zieh die Arme einzeln hoch. Eine Hand ist auf den Boden. Und die andere hebst du. Beide Arme lang gestreckt nach vorne. Sechs Stück und dann halten wir den rechten Arm oben. Immer im Wechsel. Zwei mehr. Links hoch. Achtung. Rechts nach oben und halte. Spannung halten. Arme lang gestreckt halten. Vier, drei, zwei. Wechsel. Linker Arm lang nach oben und halten. Weiter atmen. Halte, halte, halte. Vier, drei, zwei. Ablegen. Beine heben und kleine Schwimmbewegungen mit den Beinen. Aneinander vorbei. Pointe die Füße. Richte den Oberkörper etwas mehr auf. Wir arbeiten für die ganze Rückseite. Schultern weg von den Ohren. Und wieder ablegen. Arme zurück in ein B. Handflächen zeigen zueinander. Ellenbogen tief. Und zieh die Arme hoch. Hoch und tief. Handflächen zeigen zueinander. Blick nach unten. Bauchnabel rein. Schambein tief. Hoch und tief. Spannung halten. Spür deinen oberen Rücken. Spür die Schultern. Spür die Arme. Achtung. Wir halten wieder oben. Halte, halte, halte. Zieh die Arme schön hoch. Lass sie angewinkelt. Und streck die Arme wieder lang nach vorne. Einzeln hochheben. Hoch und tief. Sehr gut. So hoch du kannst. Armohr vorbei. Zieh hoch. Geh tief. Mach noch zwei Stück. Und dann halte den rechten Arm wieder lang gestreckt nach oben. Achtung. Halte. Halte, halte, halte. Weiter atmen. Und wechseln. Linker Arm nach oben. Rechte Hand ist abgelegt. Ablegen. Swimming. Kleine schnelle Bewegung mit den Beinen aneinander vorbei. Bauchnabel rein. Schambein tief. Hebe dich höher vom Oberkörper, wenn du möchtest. Blick nach vorne. Eine. Vier. Für drei. Für zwei. Und ablegen. Einmal die Arme lang nach hinten weg in Richtung Füße. Handflächen zeigen nach oben. Bauchnabel rein. Schambein tief. Und zieh die Arme nach oben. Hoch und tief. Ausatmen. Hoch. Hoch und tief. Sehr gut. Wir haben es bald geschafft. Nicht mehr lang. Halte durch. Zieh hoch. Geh tief. Vier mehr. Dann halten wir gleich oben. Drei. Achtung. Halte oben. Nur halten. Und kleine Pushes. Zieh hoch. Und hoch. Hoch und hoch. Vier. Drei. Zwei. Jetzt heb die Beine mit an. Und kleine Swimmings mit den Beinen. Nur die Beine. Arme bleiben oben. Blick nach unten. Vier. Für drei ist es unsere letzte Übung. Zwei. Achtung. Halte oben. Nur halten. Halte, halte, halte. Zieh dich noch ein bisschen höher. Tief durchatmen. Halten, halten, halten. Vier. Drei. Zwei. Und los. Sehr gut. Drück dich nach hinten in die Fußposition. Dein Po auf die Fersen. Die Arme lang gestreckt. Und du hast es geschafft. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir ein Like dalässt. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, ob du das Workout mit den drei vorherigen kombiniert hast. Ganz besonderen Dank an alle, die den Kanal bei Patreon supporten. Als Patreon hast du je nach Stufe zum Beispiel Zugriff auf unser Livestream-Archiv und kannst Zoom-Klasses mit mir machen. Wenn du auch Mitglied bei Patreon werden willst, findest du den Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Deine Lena Bis zum nächsten Mal.